Wie kann man Videos auf TikTok umkehren? Einige Benutzer möchten das Video möglicherweise von Ende bis Anfang abspielen, anstatt es normal abzuspielen. Diese Methode wird Umkehren des Videos genannt. Rufen Sie dazu die TikTok-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie nun unten auf der Seite auf die Plus-Option. Nehmen Sie ein Video normal auf. Oder Sie können ein Video aus der Galerie über die rechte Option hinzufügen. Ich nehme ein Video auf. Halten Sie es einige Sekunden lang gedrückt, um Ihr Video aufzunehmen. Klicken Sie dann auf die Bestätigungs-Option. Klicken Sie in diesem Abschnitt auf die Effekt-Option. Klicken Sie unten auf der Seite auf die Zeit-Option. Klicken Sie nun auf die Umkehr-Option. Dann bestätige es. Dadurch wird das Video umgekehrt und vom Ende bis zum Anfang abgespielt. Einige Benutzer verwenden diese Funktion gerne, um Ihr Video attraktiver zu gestalten. Und manchmal erstellen Sie wirklich attraktive Videos. Bitte liken und Kanal abonnieren.